Wir sind heute in der Waldbühne in Berlin und wir haben ein wunderbares, schönes, neues Gebäude hingestellt bekommen für die Show. Vorher war das wirklich alles ein bisschen zu viel Rock'n'Roll, aber wenn wir uns jetzt mal drehen und mal das tolle Gebäude uns angucken, da wo die ganzen Garderoben drin sind, wo wir alle drin sind, bin ich sehr froh, dass wir was Neues hier haben und ich mag die Waldbühne unheimlich gerne, weil sie eine tolle Atmosphäre bringt, wirkt und vor allen Dingen auch tolle Konzerte stattfinden hier. Und heute haben wir ja Udo mit der Udofium-Tour hier und auch mit Water is Right und da möchte ich euch jetzt auch nochmal hinführen in unseren Catering-Bereich. Die ist sogar aus dem Meer gefangen, frisch gefangen. Und wir haben hier einen kleinen, schönen, wunderschönen Raum und ich freue mich unheimlich, das hier machen zu dürfen. So, dann gehen wir mal raus hier. Das Wasser ist gut? Das Wasser ist spitzenmäßig. Das sind keine Plastikbecher, die sind kompostierbar, die sind CO2-neutral, die sind recycelbar und überhaupt. Und das ist kein Plastik, sondern das ist ein sogenannter Stoff aus Mais und hast du nicht gesehen. Und das ist für Kaltgetränke super und kann auch verrotten, auch wenn das nicht so aussieht, aber das ist wirklich so. Ich habe es schon ausprobiert. Und hier ist unsere tolle Wasseranlage und ich bin immer noch ein unheimlich begeisterter Fan von dieser Anlage, weil wir jeden Tag wirklich über 1200 Plastikflaschen nicht mehr im Catering generieren. Und das ist einfach eine Ansage. Und ich würde mich freuen, wenn wir in ganz Deutschland das möglich machen, dass wir hier auf unser Ziel kommen, Rock'n'Roll plastikfrei zu machen. Wir probieren auch, so wenig wie möglich Müll zu generieren in Form von Plastikverpackungen und so Geschichten. Ich zeige euch auch mal was, was wir am Tag für 200 Leute generell immer an Müll generieren, ist in diesen drei Tonnen für 180 bis 200 Leute Biomüll mit Pappmüll und mit Restmüll. Und das ist wirklich gut. Das ist bei der Größe der Produktion ist das ein Quantensprung. Water is right und no plastic anymore, kein scheiß Müll im Wasser, haben wir keinen Bock drauf. Also weitermachen, ich freue mich auf euch. Bis später, tschüss. Tschüss.